hallo ich habe gemerkt dass ich jetzt 100 abonnenten habe dafür möchte ich hier mal danke sagen ich hätte nie gedacht dass 100 leute mal wissen wollen was ich so mache gleich mal ein spezialgruß an hubert ein abonnenten der ersten stunde er ist ja zurzeit in der reha ich wünsche dir alles gute und dass die videos dir ein bisschen über die zeit hinweg helfen dass es dir wieder besser geht ja wo stehe ich denn jetzt hier ja diese brücke wird auch wieder eine rolle spielen im diesjährigen projekt das wird ja starten mit dem nächsten video mit den neuerungen die ich angekündigt habe das konnte ich ja schon sehr gut vorantreiben weil das wetter ist ja das ist ja schon fast kein winter mehr besonders der februar so wie heute wunderbar und als spezial werde ich denn noch ein paar bilder ranhängen ab 2007 da habe ich meinen ersten pass bezwungen das hätte ich ja nie gedacht dass ich als flachlandradler sowas mal schaffe und seitdem reizt mich das ja immer wieder ein passjagd der nächste und ein höhepunkt immer weiter immer weiter okay denn wünsche ich viel spaß bei den kommenden bildern und den nächsten videos also im voraus schon mal schönen dank fürs anschauen und moin moin wir sehen uns beim nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020